Musik Schön für dich, ja. Es ist auch viel einfacher, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich meine, eine Beziehung oder heiraten oder so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Oder dass du dich drum kümmern musst. Du brauchst auch den Ausgang der Schwangerschaft nicht abwarten. Ich meine, Befruchtung, das wäre dann auch schon alles. Ich? Du willst mich. Doch, doch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, mich zu danken. Ja, warum gerade ich? Ich meine, wie oft sind wir uns begegnen? Ja, aber das ist doch der springende Punkt. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Was ist passiert?